Boxengold-Vita-Tour. Heute sind wir unterwegs in Niedersachsen im Tier- und Freizeitpark Thüle. Der Tierpark Thüle setzt schon seit längerer Zeit auf Boxengold-Premium-Eco-Streu und immer mehr Tiere stehen auf unserem Einstreu. So wie zum Beispiel die Meerschweinchen, aber auch die Kängurus, Aras, Affen und auch die Tapire. Sie alle fühlen sich wohl. Boxengold ist eben ein echter Allrounder. 120 verschiedene Tierarten gibt es im Tierpark aus aller Welt. Das Wichtigste für die Menschen hier ist das Wohl der Tiere. Wir legen grundsätzlich Wert auf eine gute Haltung, modernisieren auch ständig unsere Anlagen. Vor einiger Zeit haben wir das Madagaskar-Haus als neues Projekt gebaut mit den Fossars, also eine zentrale Art. Und bauen auch bei anderen Gehege Schritt für Schritt weiter um, um immer eine möglichst gute Tierhaltung zu haben. Und sie kümmern sich liebevoll um jedes einzelne Tier. So zum Beispiel die angehende Tierpflegerin Michelle. Sie hat sich bewusst zur Ausbildung hier entschieden und hat eine enge Verbindung zu den Tieren. Dieser Umgang mit den Tieren und immer diese Liebe mit den Tieren und auch dieses Verpflegen von Tieren macht mir einfach unglaublich viel Spaß und Freude. Und einfach zu sehen, wie die Tiere sich auch an einen gewöhnen und sich freuen, wenn man kommt, ist einfach ein wirklich schönes Gefühl. Tiere und Menschen, das ist im Tierpark Thüle eine richtig gute Gemeinschaft. Wir freuen uns, dass wir zu Gast sein durften und Boxengold ein Teil dieses großartigen Tier- und Freizeitparks ist. Einmal 5 bis 6.000 Wir suchen uns bei mir mit der Verwirledend Menschen, das ist in der Lage für Fahrrad und Kirchner. Vielen Dank.